Wie war das Vorstellungsgespräch, Laura? Es war ziemlich gut, meine ich. Der Interviewer war sehr nett und ich habe mich daher wohlgefühlt. Es war ziemlich gut, meine ich. Der Interviewer war sehr nett und ich habe mich daher wohlgefühlt. Warst du wirklich nervös? Was haben sie dich gefragt? Warst du wirklich nervös? Was haben sie dich gefragt? Warst du wirklich nervös? Was haben sie dich gefragt? Ich war eigentlich recht entspannt. Sie haben mich über meine verschiedenen Fähigkeiten gefragt und ihnen hat es gefallen, was ich kann. Ich war eigentlich recht entspannt. Sie haben mich über meine verschiedenen Fähigkeiten gefragt und ihnen hat es gefallen, was ich kann. Okay, das ist gut. Haben sie etwas über deine Qualifikationen gesagt? Okay, das ist gut. Haben sie etwas über deine Qualifikationen gesagt? Ja, haben sie. Sie meinten aber auch, dass meine Erfahrung wichtiger für die Stelle sei. Ja, haben sie. Sie meinten aber auch, dass meine Erfahrung wichtiger für die Stelle sei. Ja, haben sie. Sie meinten aber auch, dass meine Erfahrung wichtiger für die Stelle sei. Und du hast vielerlei Erfahrungen. Ich habe auch ein paar Informationen über das Unternehmen herausgefunden und sie haben mir einige Fragen dazu gestellt. Das war Glück. Ich habe auch ein paar Informationen über das Unternehmen herausgefunden und sie haben mir einige Fragen dazu gestellt. Das war Glück. Ich habe auch ein paar Informationen über das Unternehmen herausgefunden und sie haben mir einige Fragen dazu gestellt. Das war Glück. Nein, ich habe ein paar Informationen über das Unternehmen über das Unternehmen herausgefunden. Ich habe ein paar Informationen aufgenommen. Ich habe meine Fragen. Vielen Dank.